Erfolg ist die Ursache für Misserfolg. Wir sind natürlich in einem hocherfolgreichen, effizienten System. Und wir repetieren die erfolgreichen Routinen. Die großen Konzerne erleben im Augenblick häufig die eigentlich dramatische Herausforderung, dass sie Teile ihres alten Geschäftes kannibalisieren müssten, um in eine ungewissene Zukunft an Innovation zu investieren. Dass damit im Grunde ihre tradierte Effizienzlogik ein Stück weicht und das Risiko höher wird. Da zeigt sich dann aber auch, dass sozusagen der DAX-Vorstand eher angestellter Manager und nicht Unternehmer ist. Wir ruhen uns eigentlich in unseren exzellenten Routinen auf den Gründertaten der Werner von Siemens und Robert Bosch noch heute aus. Und sind sozusagen, haben dann auch in der Art und Weise, wie wir Unternehmen wachsen und gedeihen lassen, eigentlich immer auf das Prinzip mehr desgleichen gesetzt. Konglomerate beispielsweise wurden ja auch früh verteufelt von den Beratern. Also die Unterschiedlichkeit auch in den Geschäftsfeldern. Also zurück zu den Kernkompetenzen. Das, was du kannst. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Das sind im Grunde ja die Tonalität, die ja auch heute noch zum Tragen kommt. Und das ist aus meiner Sicht nicht unbedingt der Weg, um mit disruptivem Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft umzugehen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.